Was machst du? Suchst du hier mal einen anderen Weg? Warum soll ich einen anderen Weg nehmen? Na, weil hier die Kamera. Weil ich fotografiert werde. Genau, genau, woher siehst du das? Ach, weiß man halt. Weißt du, wenn da jemand mit der Kamera ist und hält auf, dann würde man nicht gerade zeigen, da würde man voll kassiert. Sollst du an meinem Rüssel rumspielen? Ja! Möchtest du mal was zeigen? Ja! Komm lange hin. Aber los! Mach mal langsam. Guck in. Und jetzt du. Guck it out. Guck!